Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Ben Masterfull, der Fatbiker. Ich habe ein neues Fatbike für euch im Test. Und zwar das Ranger 2.0 von Q-Rusher mit Drehmoment-Sensor, 250 Watt Heckmotor. Und mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und da haben wir es auch schon, das Ranger 2.0 von Q-Rusher oder Zy-Rusher in der wundervollen Farbkombination Schwarz-Weiß-Rot. Und ganz frisch auf dem Markt, es ist ja der Nachfolger vom Ranger, also vom Ranger 1.0, das ist jetzt das Ranger 2.0. Ich kann euch gar nicht so wirklich sagen, wo die Unterschiede zwischen dem 1.0 und dem 2.0 sind, weil ich das erste Ranger bisher nicht testen, nicht fahren konnte. Deswegen würde es mich freuen, ich komme hier aus der Umgebung, Hamburg, Lübeck bis nach Lüneburg runter würde ich auch noch fahren. Also falls hier in der Gegend irgendjemand das Zy-Rusher Ranger hat, noch relativ original, also wenig geändert, dann würde es mich freuen, wenn ich vielleicht auf einem schönen Nachmittag mal vorbeikommen könnte und die Fahrräder miteinander vergleichen könnte für ein Video. Also falls da jemand tatsächlich hier aus der Gegend kommt, einfach mal erstmal hier in die Kommentare schreiben oder auch vielleicht direkt bei Insta melden oder in der Telegram-Gruppe was dazu schreiben, weil ich würde natürlich gerne ein Vergleichsvideo machen, um auch zu zeigen, was hat sich denn jetzt beim Ranger 2.0 geändert. Ich gehe jetzt hier erstmal in diesem ersten Eindrucksvideo auf die Sachen ein, die mir gefallen, die mir gut aufgefallen oder positiv und negativ aufgefallen sind und natürlich auf die Ausstattung. Das erste, ja kommen wir zur Optik, ein toller Rahmen. Also von der Verarbeitung her, von der Farbe her, von der Lackierung her, das wirkt alles sehr hochwertig. Wir haben auch teilweise geschliffene Nähte, wie zum Beispiel hier unten, ne, hier das wären ungeschliffene Nähte an der Stelle, aber an einigen Stellen haben wir das Ganze dann schön bearbeitet, finde ich immer richtig gut, also sieht wirklich sehr gut aus. Die Farbe wirkt nicht billig, toll. Wir haben, ja, eine doppelte Federung vorne und hinten, also ein Fulli, ne, wir haben hier einen Luftdämpfer, den man auch einstellen kann. Ich habe jetzt 20 Bar drauf und damit kann ich mit meinen 90 Kilo ganz gut fahren. Und vorne haben wir eine Doppelschulter-Federgabel mit einem fetten Scheinwerfer. Das sieht auch übelst toll aus, ne. Also die Kombination mit dem Lenker. Wow. Also ich muss echt sagen, optisch ist das genau mein Fall. Und man hat beim Kasten auch so ein bisschen was geändert. Also das ist jetzt nicht mehr so der typische nervige, komische Kasten, wie bei den anderen oder bei vielen anderen Fatbikes, wo man einfach denkt, hm, sieht so nach Mittelmotorkasten aus. Also hier hat man optisch definitiv das Ganze ein bisschen schöner gestaltet. Ich muss sagen, richtig schick. Ich kann bisher nichts Negatives sagen, außer, dass Schutzbleche und Gepäckträger aktuell noch nicht verfügbar sind. Oder das Ganze kommt dann so etwa, ja, Ende September steht, glaube ich, auf der Homepage in den Shop. Werde ich mir natürlich dann auch holen und direkt wieder ein Video zu machen. Wir haben einen 52 Volt Akku, also nicht diesen typischen 48 Volt Akku, sondern 52 Volt mit 20 Amperestunden. Damit haben wir, glaube ich, knapp über 1000 Wattstunden. Manche sagen, wir haben eine Reichweite von 120 Kilometern. Ich werde das Ganze natürlich noch testen, wie weit wir jetzt kommen. Ich bin jetzt etwa 15 Kilometer gefahren und muss einfach sagen, das Ganze fährt sich richtig, richtig gut. Wow. Also ich bin vorne mit der Vorderachse zufrieden. Die Bremse ist top, auch wenn es eine Tektro-Bremse ist. Da habe ich eigentlich was anderes erwartet bei einem Fahrrad, was 2.900 Euro kostet. Aber bisher, muss ich sagen, wird es dem Preis gerecht? Fragezeichen. Wenn man das Ganze jetzt mit einem Mock wie Basalt zum Beispiel vergleicht. Hat ja einen Drehmomentsensor, 250 Watt Bafang Heckmotor. Schauen wir mal weiter. Wir haben, wie ich finde, die besten Reifen. Also ich habe ja schon ein paar getestet. Ob jetzt Kehnder oder Shaoyang oder, wie heißen die anderen, von Schwalbe oder, oder, oder. Und hier haben wir die Kehnder. Cousard in 26x4. Ja. Fährt sich richtig gut. Vom Profil her sieht das auch richtig gut aus. Also die fahren sich im Wald, im Gelände. Ich kenne die Reifen ja schon von anderen Modellen. Ich glaube auch beim RV800 von Lankeleisi sind die ja verbaut. Und ich muss einfach sagen, die sehen einfach nicht nur optisch richtig schick aus. Die fahren sich im Gelände richtig gut. Nein. Die haben auch eine wirklich hervorragende, ja hervorragende, wie nennt man das, Grip auf der Straße. Und fahren sich auch entsprechend gut. Also man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendwelche fetten Stollenreifen hat, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, die so ein bisschen durch so ein Holpern das Fahrgefühl beeinträchtigen. Nee. Also die Reifen sind optimal gewählt. Dann mal etwas Außergewöhnliches. Von der Schaltung her haben wir eine Shimano Qs. Kannte ich bisher noch gar nicht. Muss ich sagen, schaltet sich erstmal richtig gut. Wir haben dazu passend neun Gänge. Ja. Von der Übersetzung her ist es jetzt ähnlich wie die typische Siebengangschaltung. Hier oben am Lenker können wir uns dann auch nochmal die Schaltzentrale angucken. Neun Gänge. Sieht erstmal gut aus. Negativ dabei ist, dass ich natürlich hier in Deutschland unterwegs bin und man eigentlich auch nur 25, was heißt eigentlich, man darf nur 25 kmh unterstützt im STVO-Bereich fahren. Und die Gänge sind jetzt so ausgelegt, dass ich bei 25 kmh Gang 3 und Gang 4 nutzen kann. Ich kann auch in Gang 2 bis 25 fahren, beschleunigen und treten. Gang 5, 6, 7, 8 und 9. Die braucht man in der Regel bei 25 kmh nicht. Es sei denn, man fährt mal richtig bergab. Dann kommt man in Gang 6, Gang 7. Aber wie lange fährt man bergab, dass man diese Gänge nutzen kann? Deswegen bin ich nochmal irgendwann gespannt, das Ganze offen auf 45 kmh zu fahren und dann die weiteren Gänge testen zu können. Aber jetzt erstmal im 25 kmh Bereich ist das so ein bisschen, also wenn man es ernst nimmt als Fatbike, als Fahrrad, als Pedelec für den 25 kmh STVO-Bereich, dann ist die Gangschaltung mit neun Gängen viel zu hoch übersetzt. Das hätte ich gerne anders gehabt. Aber man kann das Ganze natürlich recht schnell und einfach ändern, indem man einfach das Kettenblatt hier vorne sich ein deutlich kleineres auswählt. Das verbaut die Kette ein bisschen kürzt und dann hat man wahrscheinlich auch eine bessere Abstufung für den 25 kmh Bereich. Ich denke mal, ich werde es mir so umbauen, weil ich fahre ja auch zu 99% STVO-Bereich. Ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich damit irgendwie Downhill fahre oder nur im Wald oder nur Privatwege. Deswegen, ich werde es für mich dann auch nochmal abändern. So, Vorderachse. Es ist ja für mich immer so ein sensibles Thema. Wir haben hier, das ist schon so ein bisschen speziell, einmalig bisher, also für die ganzen Fahrräder, die ich bisher hatte für die Fatbikes. Es ist, so wie es scheint, erstmal eine Radnabe für die 5 mm Schnellspannerachsen. Allerdings geschraubt. Da ist ein Gewinde drin und die Imbusschraube, die man hier sieht, die schraubt man von links und rechts von beiden Seiten quasi in die Radnabe rein. Also es ist so ein Mix. Es ist nicht ganz Steckachse. Es ist aber auch nicht diese 5 mm Schnellspannachse. Es ist aber auch keine 12 mm, sind das ja glaube ich 14 mm verschraubte Achsen, wie man das zum Beispiel bei der Vorderachse von Moffy Basalt kennt. Also da hat man definitiv nochmal was anderes. Optisch richtig schick. Technisch muss ich sagen, funktioniert. Ich habe jetzt bei den 15 km Testfahrt nicht feststellen können, dass das Ganze irgendwie sich schwammig anfühlt oder dass das anfängt zu schleifen, wenn man so ein bisschen schief fährt. Und das haben wir ja bei diesen ganzen Schnellspannerachsen immer. Also Hauki Blue Eagle zum Beispiel, Himiway Zebra, das sind so die speziellen Kandidaten mit dieser 5 mm Schnellspannachse vorne. Und man hat immer das Gefühl, wenn man mal zu stark gebremst hat, hinterher schleift die Bremsscheibe. Das hat immer mit dieser 5 mm Schnellspannachse zu tun. Oder man fährt mal ein bisschen schief, weil die Straße ein bisschen schief ist, dann hat man wieder ein Schleifgeräusch. Das hatte ich bisher hier noch gar nicht. Also bisher, muss ich auch sagen, Vorderachse, ich habe mir eine Steckachse gewünscht. Ich war erst, wo ich, erst dachte ich, oh verdammt, 5 mm Schnellspannachse. Hä, aber wo ist sie? Die war da nicht da. Also das seht ihr dann auch im Vorstellungsvideo auf meinem Hauptkanal beim Masterful im Unboxing-Teil. Da dachte ich erst, oh je, was kommt denn da? 3.000 Euro Fahrrad, 5 mm Schnellspannachse. Das kann ja wohl nicht sein, aber da hat mich dann das Ranger 2.0 doch mit dieser verschraubten Achse überzeugt. Dann haben wir am Ranger 2.0, ich weiß nicht, wie es beim Vorgänger war, aber wir haben hier einen Bafang-Motor. Auch gelabelt, 250 Watt steht, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auch drauf. 52 Volt haben wir hier. Und das Ganze ist jetzt auch gedrosselt auf 25 kmh, habe ich ja schon erwähnt. Allerdings ist das Ganze entdrosselbar nicht übers Display, sondern tatsächlich soll hier ein Kabel vorhanden sein, was man einfach trennen muss. Das befindet sich wahrscheinlich wieder wie beim Vorgänger unten in diesem schwarzen Kasten hier. Ich weiß nicht, wie einfach man da rankommt. Ich habe es bisher noch nicht getestet, aber erst einmal ist es jetzt so, dass man es übers Display nicht tunen kann. Und somit ist das Ganze ein Stück weit legaler für manche als Fatbikes, die man übers Display quasi entdrosseln kann. Man sieht das auch nachher später am Display. Erstmal zeige ich euch so ein bisschen hier den Lenker. Man schaltet das Ganze. Wir haben eine richtig schöne Bedieneinheit hier vorne. So, da. Und zwar mit kleinen Metalltasten. Das Ganze wäre noch mal geiler, wenn die nachts im Dunkeln von hinten beleuchtet wären. Das sind sie jetzt leider nicht. Wenn man richtig dunkel fährt, muss man immer noch so ein bisschen die richtige Taste suchen. Aber im Prinzip ist alles... Ja, wir haben Blinker links, Blinker rechts. Das seht ihr auf jeden Fall im Vorstellungsvideo. Da mache ich ja die Nachtaufnahme, den Nachttest. So, komm schon. Dankeschön. Und da sieht man dann auch, wie wir blinken können. Wir haben... Achso, ja, Hupel geht jetzt nicht. Dazu muss man das Ganze hier unten mit dem orangenen Knopf einschalten. Dann geht das Display auch schon an. So, und man kann im Prinzip... Ja, es ist jetzt die hellste Stufe. Es ist jetzt nicht optimal bei Tag zu sehen alles. Aber es geht. Man kriegt es, glaube ich, ganz gut zu sehen. Hupe ist dann hier. Ja, klingt ein bisschen peinlich. Klingel war jetzt ab Werk nicht dabei. Wir haben dann hier Blinker links und Blinker rechts. Wenn wir rechts blinken, sieht man das da oben links im Display. Man muss dann die Blinkertaste erneut drücken, damit es aufhört zu blinken. Eine Menütaste. Licht geht an, wenn man es nach oben gedrückt hält. Menütaste zweimal schnell. Dann kommt man ins Menü. Da habe ich bisher außer die Displayhelligkeit auf 5 noch nicht so wirklich viel eingestellt. Ja, das Display ist gerade bei Nacht richtig schön zu erkennen. Sehr, sehr farbecht. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, an die ganzen Spielereien, hat man auch einen sehr guten Überblick. Ansonsten kann ich jetzt über das Display erstmal noch nicht gar nicht so viel sagen. Wir haben jetzt kein Handgas. Hier sieht man nochmal den rechten Griff mit der Schaltung. Das ist so, wie schaltet man, genau, hier schaltet man runter und hier schaltet man hoch. Das Ganze funktioniert bisher wirklich sehr, sehr gut und einwandfrei. Ja, Doppelschulter-Federgabel, sehr schöne Optik. Hier nochmal der Ranger 2.0. Dann haben wir hier oben einen Flaschenhalter und auch hier unten. Also direkt zwei Möglichkeiten, einen Flaschenhalter zu befestigen. Das finde ich richtig gut. Dann haben wir hier nochmal den Bremsgriff. Die Bremse schauen wir uns gleich an. Wir haben hier eine ganz normale Standard-Tektro-Mineralöl-Bremse. Erst einmal wirkt sehr, sehr hochwertig. Also man hat hier auch kein Spiel drin nach oben und unten. Also das wirkt alles sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Hier sieht man auch nochmal die Shimano Qs, wenn man es so richtig ausspricht. Hier der Scheinwerfer. Sieht man auch nochmal ein bisschen besser im Dunkeln. Nachttest im Vorstellungsvideo. Das kommt immer so zwei, drei Tage nach diesem Video hier. In der Regel nach dem ersten Eindruck-Video. Ja, im Großen und Ganzen recht schick. Damit wir uns das Ganze von der anderen Seite auch nochmal anschauen können, würde ich sagen, ich drehe das Ganze jetzt dann nochmal um. So, da haben wir das Ranger 2 dann auch nochmal umgedreht. Können wir uns nochmal schön die Bremsanlage anschauen. Hier auf der Vordergabe steht auch nochmal das T-Rusher Ranger drauf. Und wir haben eine 2,3 mm dicke Bremsscheibe, eine 180er. Und hier die Vierkolben Tektro Bremsanlage. Sieht schon gut aus. Und wie gesagt, von der Qualität her, man merkte schon, dass von der Bremse eine etwas hochwertigere Bremse verbaut ist. Also das gefällt mir von der Vorderachse sehr, sehr gut. Wir haben bisher gar keine Geräusche beim Bremsen, irgendwelche Schleifgeräusche. Also bisher gar nichts. Hinten sieht das Ganze so aus. Hier nochmal der Motor. Auch hinten haben wir eine 180er Scheibe. Dann hier nochmal der Bremsdattel. Und dann kommen wir auch nochmal zu einem kleinen Highlight. Nämlich das Ding hier. Rot und weiß sieht man jetzt erstmal. Das ist die Rückleuchte. Gibt es auf beiden Seiten. Sieht man da auch nochmal für die rechte Seite. Also wir haben nachts haben wir hier einfach Standlicht. Nenne ich es jetzt mal. Ein Rückstrahler. Wir haben das Bremslicht. Und wir haben Blinklicht. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Man sieht es jetzt im Hellen wahrscheinlich nicht so wirklich. Deswegen blende ich euch einfach, um euch das Ganze jetzt nochmal kurz so ein bisschen zu demonstrieren, ein Schnipsel aus meinem Vorstellungsvideo ein. So, dann gucken wir uns mal das Licht hinten an. Wir haben jetzt erstmal das normale, ja, Abblendlicht würde ich schon sagen. Ne, das normale, den normalen Rückstrahler. Links und rechts. Und dann haben wir Bremslicht. Oh, als wäre das noch nicht genug. Haben wir, kann ich das jetzt, ne, wo ist die Taste? Ach, Blinker rechts. So, wie lange blinkt er? Ich habe das auch noch gar nicht ausprobiert. So, also ich habe jetzt einmal gedrückt. Okay, ich muss dann wieder drücken, damit er aufhört zu blinken. Blinker links. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Zusätzlich nochmal bremsen. So, geil. Wir haben auch im Display direkt die Anzeige, ob wir jetzt bremsen, ob Licht an ist oder ob wir blinken. Das sieht erstmal richtig gut aus. Ich bin sehr, sehr begeistert. Definitiv ein Alleinstellungsmerkmal. Also so eine schöne Lichtanlage habe ich bisher bei keinem Fatbike gehabt. Bisschen negativ. Wir haben jetzt ein E-Prüfzeichen auf dem Scheinwerfer vorne und auch hinten E-Prüfzeichen haben Krafträder. Das ist jetzt für Deutschland wieder so eine kleine Zwickmühle für Fahrräder. Und dazu gehören auch Pedelecs. Braucht man eine K-Nummer. Das ist diese Wellenlinie K, der Buchstabe K und eine vierstellige Zahl. Das sind dann zugelassene Scheinwerfer oder Fahrradlampen, Lichter, Reflektoren für Deutschland. Haben wir hier so nicht. Ist ein bisschen schade. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Dann würde ich gerne noch was zum Sattel sagen. Ist nicht besonders viel, was ich aktuell sagen kann. Sieht erstmal ganz ordentlich aus. Fährt sich jetzt auch auf den ersten 15 Kilometer ganz ordentlich, ganz bequem. Schirascher Schriftzug. Ob man es Kürascher oder Zürascher ausspricht, muss ich jetzt mal so an der Stelle sagen. Habe ich keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut und schick aus. Und auch von den Aufklebern her. Wir haben ein paar. Wir haben recht viel, allerdings auch nicht zu viel. Sieht im Großen und Ganzen ganz gut aus. So, dann haben wir die Griffe. Die habe ich noch nicht erwähnt. Das sind so diese typischen Runden, wo man eigentlich auch Handgas mit dabei hat. Auf der linken Seite haben wir kein Handgas. Rechts auch nicht. Allerdings ist hier, an der Stelle am Lenker, ist nochmal so ein kleiner dreipoliger Anschluss. Bei dem ich hier jetzt vermuten würde, dass man hier so ein Daumgas, so ein Handgas oder irgendwie was in die Richtung anschließen könnte. Ist auf jeden Fall da. Ob man das Ganze braucht, finde ich jetzt erstmal nicht. Der Drehmomentsensor arbeitet sehr, sehr ordentlich. Also auch, ich muss es sagen, die Optik ist, ich bin direkt wieder jedes Mal neu und schockverliebt. Also ist schon schön. Auch mit dem Kasten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe und gezeigt habe. Man hat den Kasten ja ein bisschen anders gestaltet. Hier unten viel, viel schöner als diese Mittelmotoroptik. Also da hat man auch ein kleines Update gemacht. Dann haben wir vom Akku her, haben wir hier den Anschluss. Das ist so ein dreipoliger. Hatte ich jetzt zuletzt auch ein paar Mal. Also man ist so ein bisschen wahrscheinlich davon abgegangen, von diesen runden Steckern. Geht man jetzt auf dreipolige über. Ist so meine Vermutung gerade aktuell, die ich habe. Ansonsten wirkt es erstmal für den ersten Eindruck sehr, sehr gut vom Rahmen her. Sehr, sehr hochwertig. Gute Auswahl der Reifen. Licht okay ist eine Sache für sich. Weiß ich nicht, ob man damit Probleme bekommt in Deutschland. Von der StVO-Tauglichkeit, wie gesagt, 25 kmh, 250 Watt Heckmotor steht auf der Homepage. Klar, die Hupe. Okay, nur wenn es an ist. Ansonsten Klingel war jetzt erstmal ab Werk nicht dabei. Da muss ich sagen, da habe ich für ein Fahrrad, was in Deutschland angeboten wird, mit deutscher Homepage und 2.900 Euro kostet, habe ich da ein bisschen mehr erwartet, was das Ganze angeht. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da so ein bisschen Rücksicht nimmt auf den deutschen Markt, so ein bisschen mehr, dass man sich da ein bisschen mehr informiert. Auch die Reflektoren. Ein weißer Profelge. Wir brauchen zwei gelbe Profelge oder halt Reflexstreifen an den Reifen. Haben wir beides nicht. Deswegen ist das von der Lichtanlage erstmal so ein bisschen natürlich was Besonderes wegen hinten, wegen den Blinkern. Blinker sind jetzt, glaube ich, nicht mehr verboten. Ich glaube, da gab es eine Gesetzesänderung, aber informiert euch da lieber und besser nochmal selbst, bevor ihr losrennt und sagt, ich habe gesagt, nee, ich sage gar nichts. Ich sage immer eigenverantwortlich, selbst informieren. Ich werde so rumfahren. Mit der Hupe, okay, muss man darauf ankommen lassen. Ich werde noch eine Klingel drauf, einen Klingel anbringen. Vielleicht deaktiviere ich die Hupe irgendwie, dass ich das Kabel durchtrenne von der Hupe, vom Knopf zum Scheinwerfer. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Aber wenn ich es mache oder gemacht habe, mache ich dazu auch nochmal ein extra Video. Ansonsten wirkt alles sehr, sehr gut. Von der Gangschaltung her muss ich auch sagen, für ein 2.900 Euro Fahrrad, was mit 25 kmh für den deutschen Markt angeboten wird, da hätte ich mir schon gewünscht, dass zumindest die Gänge so ein bisschen passen. Dass ich nicht bei 25 in Gang 4 rumfahre und 5 Gänge. Ganze 5 Gänge sind aktuell verschenkt, also über 50% der Gangschaltung bzw. der Gänge brauchst du hier überhaupt nicht. Wenn du das Ganze ehrlich und legal auf 25 kmh fahren willst, kann man natürlich sagen, ja, aber wann ist denn dieses Jahr, wenn man mal? Wie viele Privatwege haben wir hier und wie viele von euch fahren? Ich fahre ja auch. Wann fahre ich mal Privatweg? Das mache ich nur für die Tests. Ansonsten bin ich auch eigentlich immer STVO-mäßig unterwegs. Und deswegen, klar, ich habe ja auch keinen Bock, mich irgendwie erwischen zu lassen, weil ich zu schnell mit einem Pedelec unterwegs bin. Und deswegen werde ich bei der Schaltung für mich auch was umbauen. Zumindest mache ich den Kranz vorne, also das Kettenblatt vorne deutlich kleiner. Ich weiß jetzt nicht, sieht nach so einem 52er aus. Mutmaßung. Ich werde dann definitiv auch noch mal gucken, dass ich da irgendeines besorgen kann, was deutlich kleiner ist. Schutzbleche und Gepäckträger kommen, habe ich glaube ich schon erwähnt. Muss man mal schauen. Sind auch wieder recht teuer. Ich glaube 170 Euro für beide Schutzbleche und Gepäckträger. Die Lampe war jetzt dabei. Ich glaube beim Vorgänger war es ja so, dass eine kleine Lampe dabei war. Und die Lampe konnte man für 80 Euro nachträglich kaufen. Also der Scheinwerfer wirkt schon hochwertiger als so manch anderer großer Scheinwerfer. Aber wenn ihr das mit der Lichtausbeute im Vorstellungsvideo nachher gesehen habt, dann ist das Ganze noch mal wieder ein Stückchen anders. Federgabel habe ich noch gar nicht erwähnt. Kann man natürlich ein bisschen einstellen. Man kann sich starr stellen. Vom Fahrwerk her funktioniert das gerade erst einmal richtig gut. Ich fahre weiter und berichte in einem der nächsten Videos. Ich danke euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Was kann ich an diesem Fahrrad noch mal genauer zeigen, genauer vorstellen, genauer testen. Ich glaube ich habe das meiste erst einmal erwähnt. Und jetzt wird fröhlich weitergefahren. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.